so das ist der zweite teil von wie was schon 50 der 50 geburtstag und 2110 röhrentypen der erste teil ist in der video beschreibung verlinkt es gab eine kleine panne siehe screenshot und viel spaß beim schauen wie gesagt die uck muss auch neu fotografiert werden sind schreckliche bilder die od 603 ist eine ganz besondere röhre nämlich eine röhre die keine röhre ist es ist ein leistungs germanium transistor und hier sieht man auch dass die ersten halbleiter genauso wie die röhren bezeichnet worden nämlich für ohne heizung die für leistungstriode und die nummer ohne heizung weil halbleiter haben keine heizung und die gesagt ist die leistungsdiode triode und das ist der erste leistungstransistor von telefunken als germanium das ist mein einziger halbleiter in der röhren sammlung die om 4 ist eine niederfrequenz verstärker triode die om 6 ist eine breitwand verstärker pentode und die opc 10 500 ist eine n-triode von tankswem die q q c strich 400 ist eine senderöhre als triode und zwar ein unverkäuflicher musterröhre die oku 71 strich 1000 ist eines auch eine senderöhre als triode leider auch ohne datenblatt die oku 150 strich 3000 ist eine senderöhre als eine triode mit massiver grafit anode wie man sieht ohne heizung weil die röhre ist hart aufgesetzt und die spröde an der wolfram oxyd kathode ist gebrochen die or ist eine end tetrode der vergleichname ist res 87 allerdings res 87 hat nur telefunken benutzt siemen hat siemens hat die röhre or benannt auch jetzt so gibt es ein video die orp 93 ist ein Fotowiderstand im Miniatursockel. Die OV-65 ist eine Endmethode mit Wittich-Octel. Die P460 ist eine Endmethode, identisch mit der RI604 oder LK460. Die P5-2 ist eine Entwicklung vom BF-Werk, nur für Televisoren. Die P60500 ist eine Endtriode von Tankswim produziert. Die PB400H ist eine Bildaufnahmeröhre, und zwar auch ein Blampikon, also mit Bleibeschichtung. Und hier war es so, faul gar kein Bild zu machen. Die PABC80 ist identisch mit der EABC80, mit Ausnahme der Heizspannung und dem Heizstrom. Der Heizstrom beträgt 0,3 Ampere und die Heizspannung ungefähr 9,5 Volt. Die PC0515 ist eine Senderöhre, eine Pentode. Auch mal ein Bild. Die PC1,5-100 ist eine Leistungssenderöhre, eine Pentode. Sie ist von Philips. Die PC86 ist eine Hochfrequenz-Triode. Der Vergleichname ist 4CM4. Die PC88 ist eine Hochfrequenz-Verstärker-Triode. Der Vergleichname ist 4DL4. Die PC900 ist eine Hochfrequenz-Triode. Der Vergleichname ist 4HA5. Und die PC92 ist ebenfalls eine Hochfrequenz-Verstärker-Triode mit dem Vergleichnamen 3AB4. Die PC93 ist eine Hochfrequenz-Verstärker-Triode. Die PC96 ist auch eine Hochfrequenz-Verstärker-Triode. Die PC96 ist auch eine Hochfrequenz-Verstärker-Triode. Hier eine Bohrere von RSD. Und hier vom RWN Neuhaus. Die PC97 ist ein Hochfrequenz-Verstärker-Triode. Die Vergleichname ist 4FY und 5. Die PCC189 ist eine Hochfrequenz-Triode. Zwei Systeme. Der Vergleichname ist 7E S8. Die PCC84 Brille ist identisch mit der PCC84 Brille. bis aus der Heizspannung bzw. Heizstrom 7,2 Volt bei 0,3 Ampere. Und der Vergleichname ist 7E S7. Auch die PCC84 hat zwei Systeme, also Hochfrequenz-Triode-Systeme, von denen ein System so geschirmt ist, dass die Kapazitäten möglichst gering sind. Die PCC85 ist auch eine Hochfrequenz-Triode, identisch mit der ECC85. Vergleichstyp ist 9AQ8 bei 9V Heizung und 0,3 Ampere Heizstrom. Die PCC88 ist identisch mit der ECC88. Eine Hochfrequenz-Triode, zwei Systeme. Vergleichstyp ist 7D J8. Die PCF200 ist eine Dekalröhre für Bildsynchronisation und Bildsignalverstärkung. Vergleichstyp ist 8 TP18. Die PCF201 ist Bildsignalverstärkung und Bildsynchronisation. Vergleichstyp ist 8 TP19. Und die PCF80, Vergleichname ist 9A8, ist ein Breitbandverstärker, Pentode sowie Triode. Die PCF801, Vergleichname ist 8G J7 oder 8 TP13. Hier ist ein Oszillator und Bildsignalverstärker. Die PCF802, Vergleichname ist 9JW8, ebenfalls Bildsynchronisation und Oszillator. Die PCF803, ebenfalls Bildsignalverstärker und Oszillator. PCF82, Oszillator und Mischröhre. Vergleichstyp ist 9U8A. Die PCF86 ist ebenfalls eine allgemeine Hochfrequenzverstärker, Entschuldigung, Pentode und Triode. Vergleichstyp ist 7HG8. Die PCA200, Bildsynchronisation, Vergleichname ist 9V9. Die PCL200 ist ebenfalls Bildsynchronisation und Bildsignalverstärkung. Die PCL805 ist Oszillator und Vertikalablenkung als Endröhre. Die PCL81 ist Niederfrequenz, Triode und Endpentode. Der Vergleichname ist 16A8. Die PCL84 ist Bildsynchronisation und Endverstärkung. Vergleichname ist 15DQ8. Die PCL85 ist ein Oszillator und Vertikalablenkung für die Endröhre. Vergleichname ist 18GV8. Die PCL86 ist eine Niederfrequenz, Triode und Endpentode. Vergleichname ist 14GV8. Und die PT500 ist eine Belaströhre mit den entsprechenden Warnungen, dass diese Röhre gegen weiche Röntgenstrahlung geschirmt werden muss, da sie mit sehr hohen Spannungen arbeitet. Die Detailansicht vom System. Und der Nachfolger die PD510, ebenfalls eine Ballaströhre für Hochspannungen. Die PE0525. Das ist eine Endpentode, Breitband. mit einem Spezialsockel. mit einem Spezialsockel. mit einem Spezialsockel. die PE0640P. ist eine N-Pentode für Breitband. Die PE-1-100 ist eine N-Pentode für Breitband. Die PE-F83 ist eine Niederfrequenzverstärkerröhre, eine Pentode, die PE-F86 ist zur Bildsynchronisation Die PFL-200 ist ebenfalls Bildsynchronisation und Endröhre. Es sind zwei Pentoden in einem Gehäuse, also in einem Glaskolben. Der Vergleichnahme ist 16Y9. Die Philips B Römisch 6 ist eine Raumladetetrode. Zu der gibt es auch ein Video. Die Philips D Römisch 6 ist ebenfalls ein Raumladetetrode, und zwar ein Hellbrenner. Zu der gibt es auch ein Video. Die Philips E ist ebenfalls ein Hellbrenner und auch eine Niederfrequenzverstärkerröhre. Gibt es auch ein eigenes Video zu. Die PL-10 ist ein Tyratron mit einem E14 Sockel und einem Schraubanschluss für Steuergitter und eine Kappe für die Anode. Die PL-12 ist eine Punktklimmlampe, die man früher für Filmbelichtung benutzt hat. Damit wurden die Tonspuren auf den Film bei der Kamera geschrieben, das heißt belichtet. Die PL-1267 ist eine Relaisröhre, eine Kaltkathodenrohre. Die PL-21 ist schon öfters gekommen. Vergleichstyp ist 2D21, es ist ein Tyratron. Ein Tyratron mit zwei Steuergittern. Die PL-323 ist ebenfalls ein Tyratron, allerdings eine Triode. Vergleichstyp ist 3C23. Die PL-36 ist eine Horizontalablenkröhre und eine Endröhre. Die PL-435 ist ebenfalls ein Tyratron. Der Vergleichname ist 4C35. Jetzt kommen wir zu den Standardfernsehröhren. Die PL-500, Horizontalablenkung und Endröhre. Vergleichstyp ist 27 GB5. Die PL-504, auch Horizontalablenkung. Vergleichstyp ist 27 F12. Die PL-508, Vertikalablenkung und Endröhre. Die PL-509, Vergleichstyp ist 40 KG6 oder 40 KG6A. Als Horizontalablenkung und Endröhre. und die PL-519. Und der gibt es wie gesagt ein Video. Und zwar ein Vergleich gebraucht und neu. Die PL-5544 ist wieder ein Tyratron. Die PL-5696 ist auch ein Tyratron. Der Vergleichname ist 5696. Die PL-57 ist ein Tyratron. Der Vergleichname ist 5559. Ein schönes Bild. Nein. PL-5727 ist auch ein Tyratron. Ein Vergleichstyp zum 2D21 bzw. PL-21. und die PL-802. Das ist ein Bildsignalverstärker. Die PL-805 ist für die Vertikalablenkung eine Endröhre. Die PL-81 ist Horizontalablenkung eine Endröhre. Und kann auch als Linksröhre eingesetzt werden. Die PL-82 ist über die Vertikalablenkung ebenfalls auch als Endröhre benutzbar. Und der Vergleichname ist 16A5. Die PL-83 ist Bildsignal-Endverstärker. Die Vergleichname ist 15A6. Die PL-84 ist auch eine Endmethode. Die Vergleichname ist 15CW5. Und die PL-95 ebenfalls eine Endmethode. Die PL-2DT ist eine Triode für Spezialanwendungen. Die PL-84 ist ein magisches Band. Die PL-84 ist ein magisches Band. Die PL-84 ist eine Bildröhre. Die PL-84 ist eine experimentelle Röhre. Die PL-84 ist eine experimentelle Röhre. und diese enthält im System vier Triodensysteme. Die getrennt voneinander nutzbar sind. Die Power-Tone-Doppelgitar-Röhre. Die PL-84 ist eine Tetrode allgemein. Wahrscheinlich eine Raum-Lade-Tetrode. Ich habe aber leider auch kein Datenblatt. Die PP-4101 ist eine Endmethode. Der Vergleichstyp ist die RIS-964 und die L-900-496D. Die PP-415 ist ebenfalls eine Endmethode. Die PP-415 ist ebenfalls eine Endmethode. Vergleichbar mit der RIS-174D. der RIS-364D. Die PP-430 ist ebenfalls eine Endmethode. Vergleichbar mit der RIS-364. Vergleichbar mit der RIS-364. Die PP-2 ist eine Niederfrequenzverstärker-Triode. Die PP-200-1000 ist eine 2W-Gleichrichter-Röhre. Produziert von Tankswim. Die PP-4100 ist ein Vergleichstyp zur RIS-1064. Hier ist das Bild in Betrieb. Es gibt zwei Bauformen. Eine mit massiver Anode und eine mit der Mesh-Anode. Wobei natürlich die Mesh-Anode definitiv den besseren Sound macht. Was ja ein Preistreiber bei bestimmten Aktionsplattformen ist. Die PY-500A, eine Booster-Diode. Die PY-800, ebenfalls eine Booster-Diode. Die PY-81 ist eine kleine Booster-Diode. Der Vergleichname ist übrigens 17Z3. Die PY-82 ist eine Gleichrichter-Einweg-Gleichrichter-Röhre. Es wird spät. Und zwar der Vergleichname ist 19Y3. Die PY-83 ist eine Booster-Diode. Der Vergleichname ist 30AI3. oder PY-88. Und die PY-88 ist identisch mit der PY-83. PY-80 ist von Arturus produziert und eine End-Pentode. Der Vergleichname ist 47. Die Q6 ist auch eine Allgemeintriode. Und auch eine Verluströhre. Wurde von Opta produziert. Man sieht, bei Verluströhre macht man sich keine große Mühe, das fertig zu verarbeiten. Weil die Röhre wird eh in den IOL geschickt. QB3-300, das ist eine Sende-Tetrode von Valvo. Die QB4-1100 ist ebenfalls eine Sende-Tetrode mit Warnung vor Röntgenstrahlen in Betrieb. Da hier auch mit hohen Spannungen gearbeitet wird. Die QB5-1750 ist auch eine Sende-Tetrode mit grafitisierter Anode. Da wird diese Röhren teilweise bei Rotglut betrieben werden. Die QE04-10 ist eine kleine End-Tetrode, Hochfrequenzröhre. Die QE04-1200 ist ebenfalls eine Sende-Tetrode mit zwei Systemen. Der Vergleichname ist 6939. Die QE03-1200 ist ebenfalls eine Sende-Tetrode mit zwei Systemen. Die QE03-1200 ist auch eine Sende-Tetrode mit zwei Systemen. Und Spezial-Sockel, Rezeptal ist kein Spezial-Sockel, aber die beiden Anoden-Krappen. Die QE04-1200 ist ebenfalls eine Sende-Tetrode und mies fotografiert. Die QE04-1200 ist eine End-Tetrotische Hochfrequenz, auch mit zwei Systemen. Die QE04-1200 ist auch eine End-Tetrode. Die QE04-1200 ist eine Nixi-Röhre. Die QE04-30-1 ist eine Nixi-Röhre. Für 70 Volt bei 20 Milliampere. Die QE05-10 ist ein Grimm-Stabi für 95 Volt bei 10 Milliampere. Der Vergleichtyp ist die 95A1. Das ist ein Quarz, und zwar das hier ist ein Präzisions-Quarz. Nämlich eine Schwüngefrequenz von 204 kHz. Nämlich eine Schwüngefrequenz von 204 kHz. Das ist die hier. Entschuldigung. Die hat eine Schwüngefrequenz von 1,66666 kHz. Da kann man den Quarz noch praktisch zuschauen, wie er schwingt. Das ist übrigens der hier. Das ist der 204 kHz Quarz. Das ist der 1,6666 kHz Quarz. Die QX21 ist ein Thyradron, vergleichbar mit der 2D21 und PL21. Ja, das ist eine End-Tetrode. Für die gibt es auch ein YouTube-Video. Das ist auch ein Hellbrenner. Und auch auf den Aktionsplattformen sehr begehrt. Die R10 ist ein Einweg-Gleichrichter. Der kompatible Typ ist CV261. Die R100-6 ist eine allgemeine Thetrode, produziert von Dario. Der R120B von Valvo ist eine Gleichrichterröhre mit einer Edelgasfüllung. Die R209 ist eine Niederfrequenzverstärker Pentode, auch von Radiotechnik hergestellt. Die R212 ist eine End-Triode, ebenfalls von Radiotechnik. Der Vergleich Typ wäre 1J6 oder 1J6G. Die R320-20 ist wieder ein Klimm-Stabi. Wahrscheinlich für 320 Volt, bei 20mA. Die R333 ist eine Gleichrichterröhre mit einer Edelgasfüllung. Die R41 ist eine allgemeine Triode. Die R580 ist wieder eine Photo-Elektronen-Vervielfacher. Die R92-8 ist ebenfalls ein Photo-Elektronen-Vervielfacher. Die RA-1, Vergleichnahme AC48, ist eine Triode. Allgemeine Bauart von Acturus. Die Radio-Mikroröhre, ist auch eine allgemeine Triode. Die RD12GA ist eine Demodulatorröhre für Hochfrequenz, und zwar im Napftopf, Napfsockel. Die RD12PA ist ebenfalls eine Hochfrequenzverstärker-Pentode. Die RD12TA ist ebenfalls eine Hochverstärker-Triode im Napfsockel. Und die Originalverpackung. Die RD12TA1 ist eine Hochfrequenzverstärker-Triode. Die RD12TF ist das dritte Marmeladenglas im Bunde. Das ist eine Senderöhre für die Triode. Ebenfalls von Lorenz produziert. Man sieht auch hier den praktischen Tragegriff, um die Röhre rauszuziehen. Produziert in der 34. Woche 1944. Die RD2,4GC, ebenfalls im Napfsockel und schriftlich fotografiert. Das ist eine Demodulationshochfrequenz-Röhre. Die RD2,4TA ist ebenfalls eine Hochverstärkungs-Triode. Ebenfalls mit Napfsockel. Die RD2,4TB ist eine End-Triode. Die RD2,4TB ist ein Magnetotron. Die auch Gammastrahlung imitiert. Und die Signale werden über eine Leitungen ausgeleitet. Das ist der Nachfolger, die RD2MD2. Die ebenfalls radioaktiv ist. Aber sonst sehr nah der RD2MD gleicht. Die 2 RD2MH. Die ist auch leicht radioaktiv. Und ist auch ein Magnetotron. Und die RD4MA ist Wehrmachts-Eigentum. Und ebenfalls ein Magnetotron. Die RE034 ist in der Niederfrequenz-Verstärkungstriode. Die RE054 ist eine allgemeine Triode. Leider stark gegettert. Die RE062 ist eine Hochfrequenz-Verstärkertriode. Die RE062T ist ebenfalls eine Niederfrequenz-Verstärkertriode mit Telefunkenzockel. Ebenso die RE064T. Ebenfalls die Niederfrequenz-Triode. Die RE072D ist eine Niederfrequenz-Tetrode. Die RE073D ist eine Niederfrequenz-Verstärkertriode. Die RE073D ist eine Niederfrequenz-Verstärkertriode. Die RE074D ist eine Audion-Röhre. Und diese Röhre wurde repariert. Damals war es in der Tat billiger, Röhren zu reparieren, also den Graskolben aufschneiden, den Heizer ersetzen und die Röhre wieder zuzuschmelzen und zu evakuieren und neu zu gettern, als eine Röhre neu zu kaufen. Da das Ziel des Vakuums wohl nicht so ganz klar geklappt hat, hat man die Röhren meistens sehr stark gegärtet, um das ausgleichen zu können. Das ist die RE074D mit einer Seitenschraube. Das ist auch eine Raumlade-Tetrode. Die RE074N steht für Neutron. Es ist ein Audion mit einer besonders kleinen Kapazität, also Innenkapazität der Elektroden. Die RE084 ist ebenfalls ein Audion. Vergleichstypen sind A408, A415 und LD410. Die RE084K als klingarme Variante. Besonderlich viel zu fotografieren gab es nicht, weil die Röhre sehr stark gegittert. Die RE1. Das ist eine Poströhre, eine Tetrode. Ich habe zwei Stück. Eine ist noch original verpackt, mit einem Wehrmachtstempel, also von der Wehrmacht geprüft. Und da die Röhre original verpackt ist, muss ich prüfen, ob das drin ist, was ich gekauft habe. Und siehe da, es ist eine RE1. Die RE11 ist eine allgemeine Triode, die in Kriegszeiten produziert wurde, weil man sieht, das ist eine Kupferanode. Das war ein Notmaterial. Die RE114 ist eine End-Triode. Vergleichstyp ist E422 oder L413. Die RE134 ist ebenfalls eine End-Triode. Und auch die wurde repariert. Nämlich, was fällt auf? Mit Spitze. An der Stelle wurde der neue Pumpstutzen gesetzt. Die Röhre wurde möglichst weit unten aufgeschnitten. Der Original-Pumpstutzen ist ja im Sockel. Und somit wurde ein neuer Pumpstutzen gezogen am Kopf, mitten ins Telefunken-Logo. Und die Röhre wurde damit evakuiert und wieder neu gegettert. Die RE144 ist eine Triode allgemein. Die RE192 ist eine End-Triode. Die RE154 ebenfalls. Die RE154 ist dieselbe Röhre, aber mit Telefunken-Sockel. Die RE164 ist ein sogenanntes Rot-Caption. Die RE154 wurde geprüft am 14.04.1919. Die RE154 ist noch einmal geprüft und abgenommen. Ab 25.06.1919. Die RE202 ist eine allgemeine Triode. Auch im Telefunken-Sockel. Necologen ist das Poströhren-Sockel. Die RE205 hat den Telefunken-Sockel. Das ist auch eine allgemeine Triode. Sehr stark gegettert. Die RE209 ist ebenfalls eine allgemeine Triode. Die RE212 ist eine Niederfrequenz-Tetrode. Entschuldigung. Die RE304 ist eine End-Triode. Vergleichstypen wären die C405, die LK430 oder die P430. Die RE324 ist ebenfalls eine End-Triode. Die RE324 ist auch eine allgemeine Triode mit Poströhren-Zockel. Die RE404 ist eine speziale Anwendung. Die RE404 ist eine speziale Anwendung. Jetzt sehe ich nicht, was das Fenster wegrationalisiert habe. Die RE404 wurde in Kompass-Systemen eingesetzt. Die RE504 ist eine End-Triode. Die RE504 ist eine End-Triode. Die RE504 ist eine End-Triode. Vergleichstypen wären die E406N, LK460 oder P460. Die RE604 wird auch noch hoch gehandelt. Die RE604 wird auch noch hoch gehandelt. Die RE504 stimmt. Die RE604 ist ebenfalls eine End-Triode. Der Vergleichname wäre UVLH. Die RE71 ist eine allgemeine Triode. im Telefunk-Sockel und starker Gätterung. Die RE79 ist auch eine allgemeine Triode mit Europasockel. und die RE82 ist eine Poströhre mit 5-poligen Sockel. Das ist eine Raumleitetetrode. Die RE83 hat auch einen Telefunk-Sockel. Das ist eine allgemeine Triode. Die RE86 ist ein Audion mit Telefunk-Sockel. Und die RE89 ist keine RE89, sondern eine Fake RE89 mit einer eingebauten Stiftröhre. und passenden Vorwiderständen. Es ist eine 697 von Telefunken-Spezial. Der Sammler, von dem ich die RE89 gekauft habe, wollte irgendwas um 150 Euro und hat angeblich nicht gesehen, dass dort eine Stiftröhre eingebaut war. Die RE95 ist ebenfalls eine allgemeine Triode. Und die RE96 ist ebenfalls auch eine allgemeine Triode. Die RE97 ist eine End-Triode mit Telefunken-Stecker, und die REN1 ist zwar eine allgemeine Triode, wurde aber auch eingesetzt für Telegraphensysteme über Stromleitungen. Da gab es eine spezielle Variante von der RE1. Die RE1004 ist eine allgemeine Triode. Vergleichstyp wäre AR4100 oder E438. Die REN1104 ist eine allgemeine Triode. Die REN1104 ist eine allgemeine Triode. Die REN11814 ist eine Niederfrequenzverstärkertriode. Die REN11822 ist ebenfalls eine End-Triode. vergleichbar mit der B2006, L2218 oder P2008. Und die REN1820. Das ist ein Detektor mit einer zusätzlichen Triode in einem Kolben. Die REN1EW ist die gerade gesuchte Röhre. Die ist wie gesagt eingesetzt, ich habe es nicht eingetragen, in Telegrafie über die Stromnetze. und die hat eine spezielle Spannungsfestigkeit. Die REN2204 ist eine End-Triode. Vergleichstyp ist 4U80. Und die REN2204 ist eine End-Triode. Sie unterscheidet sich nur von der normalen 2204, dass die Heizungen seitlich an der Röhre herausgeführt wurden. Das war der Übergang von den Akkumulator gespeisten Röhren über die Röhren, die über einen Transformator mit dem Wechselstromnetz verbunden wurden und somit von einer Wechselspannung geheizt wurden. Das hat man so gewählt, weil es so am einfachsten war, das bestehende Rad hier umzubauen, ohne allzu viel in die Elektronik einzugreifen. Die REN3204. Ein kuriosum, und zwar eine Telefonröhre in einem US-Sockel. Die REN501 ist eine Triode, aber als Besonderheit ist es eine Kurzfadenröhre. Sie wird nur mit einem Volt geheizt. Viele Röhren wurden beim Testen zerstört, weil viele Sammler nicht wussten, dass die Röhre mit einem Volt geheizt wird. Und die haben meistens, wie bei den meisten Röhren dieser Bauform, 4 Volt angelegt. Und natürlich 4 Volt schickt den Heizfaden relativ flott in den IOL. Und das Röhre wird somit eine Blitzröhre. Es gibt nur 3 Kurzfadenröhren. Das ist die REN501, die REN511 und die REN601. Das ist eine Hochverstärkungs-Triode, die REN511 und die REN601 ist die dritte im Bunde. Das ist eine Endtriode, auch mit einer Volt Heizspannung. Von der habe ich 2 Stück, weil eine ist defekt und die andere passt. Die REN601W ist dieselbe Röhre wie die REN601, aber halt wie schon besprochen mit seitlichen Anschlüssen für die Heizspannung. Die REN704D, das ist eine Raumladetetrode. Vergleichstyp wäre DG4101 und E441N. Das sind Dateiaufnahmen. REN804D, ebenfalls Niederfrequenzverstärkungsröhre. Kompatibel mit der 4A80N, der A4100. Die REN904D, wie schon gesagt, die Standardröhre aller Vorröhren im F-Bereich der damaligen Zeit. Es gibt die 904 Spezial F. Das F steht übrigens für Flugtauglich. Die Röhren wurden so konzipiert, dass es dann möglich war, die Röhre im Flugzeug zu benutzen. Wobei es nämlich keine Passagiermaschinen waren, sondern halt militärische Nutzung. Und die Röhren mussten natürlich Beschleunigungen aushalten und wurden unter die Fahrt angefasst. Deshalb ist dort auch Keramik verbaut, dicke Keramik statt Klimascheiben. Die REN914, eine Niederfrequenzverstärkertriode. Vergleichstyp ist die E499 und AR495. Die REN924 ist ebenfalls Niederfrequenzverstärkung. Und an die Modulatorröhre. Sehe ich gerade, dass die Pinbelegung des Sockels falsch ist. Es fehlt die Diode. Dann die REN1204, eine Hochverstärkungstetrode. Die REN1214, eine Hochfrequenzverstärkungstetrode. Die REN1214, eine Hochverstärkungstetrode. Die REN1214, eine Hochverstärkungstetrode, eine Hochverstärkungstetrode. Ich habe zwei Varianten. Die REN1224, eine Hochverstärkungstetrode. Die REN1224 ist eine Hexode für allgemeine Anwendungen. Die REN1224 ist eine Hochverstärkungstetrode. Die RENZ 1234 ist eine Hecksode in allgemeiner Bauart, eine Vergleichsröhre wäre die E449, die FH4105 und die X4123. Die RENZ 1254 ist eine Tetrode im Allgemeinen, ein Vergleichstyp wäre die AN4126, die DS4100 und die E444. Die RENZ 1274 ist eine Tetrode, auch allgemein. Der Vergleichstyp wäre die H4129D und die E455 bzw. E447. Auch die Röhre habe ich nur im Original, also als Originalkarton versiegelt. Die RENZ 1284 ist eine Hochfrequenzverstärker-Pentode. Vergleichstypen sind die E446, die H4128D und die HP4100. Ich habe zwei Varianten. Die RENZ 1374D ist ebenfalls eine Endpentode. Vergleichstyp wäre zum Beispiel die PP4120, die AV1031 und die E453. Vertraue und Clara mit dem Degang anbringen kann. Auch hier wurde die Röhre mit massenhaft Epoxidharz geklebt. Die RENZ 1818 ist ein Hochfrequenzverstärker Pentode, Vergleichstyp wäre D2052T und H1818D. Die RENZ 1819 ist auch ein Hochfrequenzverstärker. Es gibt dieses eine Bild, Vergleichstypen wären D2045, H1918D. Die RENZ 1820 ist eine Hochfrequenzverstärker Pentode, Vergleichstypen wären die B2042, H2018D. Auch leider nur ein Bild. Die RENZ 1823D ist auch eine Endpentode. Und der Vergleichstyp wäre die AV1030. Und die ist auch für die Erstbestückung des Volksempfängers gedacht. Die RENZ 1824 ist ein Oszillator-Mischer. Vergleichstyp wäre die B2048, die MH2018 und die X2818. Die MH2018 und die X2818. Die RENZ 1824 ist ein Hochfrequenzverstärker Pentode. Vergleichstypen sind H2049, FH2118 und X2918. Die RENZ 1824, ebenfalls eine Hochfrequenzverstärker Pentode. Vergleichstypen wären die B2046, H2518D und HP2018. Es gibt zwei Typen. Und das ist die Verpackung. Die Renz 1894 ist eine Hochfrequenzverstärker-Pentode. Vergleistypen sind B2047, H2918D und HP2118. Die Renz 924, Entschuldigung, Renz 324 ist der Vergleichstyp die 24 bzw. die 24a. Und das ist auch eine Telefunkenröhre mit amerikanischen Sockel. Die Röhre selbst ist eine allgemeine Tetrode. Die Renz 351 wird hauptsächlich eingesetzt als Zwischenfrequenzverstärker. Auch mit amerikanischen Sockel. Der Vergleichstyp ist die 35-51. Die Renz 094 ist ein Hochfrequenzverstärker Tetrode. Und der Vergleichstyp ist die H407SP oder R084. Oder die A442. Mit ausgefüllter Banderole für die Garantie. Das ist ein Fehldruck. Ich möchte die Verpackung nicht aufmachen, um zu prüfen, was auf der Röhre draufsteht. Weil die Ress 094 ist richtig, die Rhe 094 gibt es nicht. Die Ress 164 ist eine Endpethode. Vergleichstypen sind die L416D und die P421 bzw. PP416. Die Ress 164 ist eine Endpethode. Die Ress 164 als Ersatzröhre. Auch hier wurde wahrscheinlich eine modernere Röhre benutzt bzw. eine Wehrmachtsröhre missbraucht. Ich tippe von der Silhouette auf eine Wehrmachtsröhre. Die Ress 164 ist eine Endpethode. Die Ress 164D mit Seitenschraube. Die Ress 164. Die Ress 164D. So richtig wird man sich im Netz nicht klar, wie die Stiftbelegung ist. Die Ress 164 ist ebenfalls eine Endpethode. Ersatz 164. Die Ress 164 ist eine Ersatzröhre. Die Ress 164 ist die C443, F443 oder LA250. Oder LA250. Oder LA250. L425D. Mein Gott, bin ich halt. Die Ress 374 ist ebenfalls eine Endpethode. Der Tü-Tata. Die Ress 164D. Ebenfalls eine Endpethode. Ersatztyp ist die L491D. Die Ress 964. Ersatztyp unter anderem die E443H und E408N. Die Ress 124S. Das ist eine Endpethode. Und zwar zwei Endpethode. Ersatztyp in einem relativ seltenen 6-poligen Europasockel. Die Rf G1 ist der Prototyp einer Gleichrichterröhre. Die Röhre ist für den Hochspannungsbetrieb ausgelegt. Und ist wie gesagt ein Prototyp. Und sieht, dass die Röhre im wahrsten Sinne des Wortes Mund geblasen ist. Die Rf G3 ist eine Einweg-Gleichrichterröhre für Hochspannungen. Die Rf G5 ist ebenfalls eine Einweg-Gleichrichterröhre für Hochspannung. Die Rf G100 ist ebenfalls ein Leistungseinweg-Gleichrichter. Die Rf G105 ist ein Zwei-Weg-Gleichrichter. Die Rf G12 D2 ist ein Demodulator für Hochfrequenz. Auch als Patronenröhre ausgelegt. Die Rf G12 D3 ist ebenfalls eine Demodulationsröhre mit zwei Systemen. Die Rf G12 D60 ist auch ein Zwei-Weg-Gleichrichter. Die Rf G12 D1 ist auch ein Hochfrequenz-Demodulator. Die Rf G48 ist eine Einweg-Hochspannungsröhre zur Gleichrichtung. Die Rf G12 D1 ist ebenfalls eine Einweg-Hochspannung. Die Rf G12 D1 ist eine Verbesserte Variante. Die Rf G12 D6 D00-G7. Die AGN 1054. Vergleichstypen wären die G470, G490 oder die PV475. Die AGN 1064, zwei Weggleichrichterröhre. Hier mit Vakuumfehler, hier im Normalbetrieb. Das ist die große Bauform, es gibt auch eine kleinere Bauform, die in der Nachkriegszeit benutzt wurde. Die AGN 1064 Spezial F. Auch hier heißt es, die Röhre ist flugfähig. Es ist konstruktiv so gebaut, dass sie Erschütterungen standhalten kann. Die AGN 1304, ein Weggleichrichtung für Hochspannungen. Vergleichstyp ist die G495. Die AGN 1404, ebenfalls ein Einweghochspannungsgleichrichter. Die AGN 1500, das ist eine Klimengleichrichterröhre. 2 Weggleichrichterröhre. Und der Vergleichstyp ist die G132. Die AGN 1503, ebenfalls eine 2 Weggleichrichterröhre. Und davon hat einer auch einen Vakuumfehler. Die AGN 1504, 2 Weggleichrichterröhre. Die AGN 1204, ebenfalls Gleichrichterröhre. 2 Weggleichrichterröhre. Ersatztypen wären die 4G200, die G200, die G200 und die G4200. Die AGN 2504, ebenfalls eine 2 Weggleichrichterröhre. Die AGN 2504, ebenfalls eine 2 Weggleichrichterröhre. Die AGN 354, ist eine 1 Weggleichrichterröhre. Ersatztypen sind die G354, G435 und die 1802, beziehungsweise die 4Y35. Auch hier mit ausgefüllter Garantielasche. Die AGN 4004, Ersatztypen wären die 1817 AU1 und G4004, beziehungsweise die AGN 4004. G4400. das. Die RGN 504, noch original verpackt, Vergleichstypen wären die 1801, die G430 und die G504. Die RGN 364, Einweg gleichrechter Röhre, Vergleichstype 1803, G465 und G564. RGQ 7,5 Strich 0,6 ist eine Quecksilberdampf Einweg gleichrechter Röhre. Hier auf der rechten Seite sieht man das Reservoir mit dem Quecksilber. Kecksilberdampf Die RQ 7,5 Strich 2,4 ist auch eine Einweg-Wechselbedampfgleichrichterröhre. Die RQ Z1,4 Strich 0,4 ist eine 2-Weg-Gleichrichterröhre mit Wechselbedampf. Die RK 12 SS1 ist eine Bildröhre. Die RL 12 P10. Die RL 12 P10 ist eine Endmethode. Die RL 12 P10. Die RL 12 P10. Die RL 12 P10 gibt es auch umgesockelt. Nämlich für einen Stahlröhrenzockel. Die RL 12 P35 ist eine Kleinsignalsenderöhre als Pentode ausgelegt. Die RL 12 P50 ist ebenfalls eine kleine Signal-Pentode als Senderöhre. Der RL 12 T1 ist ein Hochfrequenzverstärker als Triode. Die RL 12 T15 ist eine kleine Sendetriode. Die RL 12 T15 ist eine Endmethode. Die RL 12 T15 ist eine Endmethode. Die RL 12 T15 ist eine Endmethode. Die RL 12 T15 ist eine Sendetriode mit massiven Anodenblechen zur Radiationskühlung. Die RL 12 T15 ist eine kleine Senderöhre. Die RL 12 T15 ist eine kleine Senderöhre. Die RL 12 T15 ist ein Hochfrequenzverstärker-Pentode. Mit der zu passenden Fassung. Die RL 12 T15 ist eine kleine Senderöhre. Die RL 12 T15 ist eine kleine Senderöhre. RL 12 T15 ist eine kleine Senderöhre. Die RL 12 T15 ist eine sehr kleine Senderöhre. Die RL 12 T15 ist eine breitwandverstärker-Drehode. Die R2,4 T4 ist ebenfalls eine Endtriode. Die R2P3 ist eine Lockenwicklerröhre, es ist eine Endtriode, Breitband, produziert in der 24. Woche 41, R2P3A. Das ist eine Senderöhre, eine Sendepentrote, ein kleines Signal. Die RL2T2 ist ebenfalls eine Sendetriode. Die RL2T2A ist ebenfalls eine Sendetriode. Die RR145-S ist eine Anzeigenröhre, nämlich ein Klimmstab. Produziert von DGL. Die RRBF ist eine Niederfrequenzverstärker-Triode. Mit italienischer Steuerbanderole. Die RS1002, diese Röhre wurde aus dem Produktionsprozess entnommen. Und man sieht noch den noch nicht komplett entfernten Pumpstutzen. Und die Sockelstifte sind noch nicht mit den Schuhen überzogen worden. Die RR145-S ist noch halbfertig. Das ist die RS1002A. So sollte das Ganze aussehen, wenn sie fertig ist. Sowohl mit den Kontaktschuhen als auch mit den abgeschnittenen Pumpstutzen. Die RS1003 ist ebenfalls eine Senderöhre, eine Sendepentrote. Die RS1009 ist eine Senderöhre, eine Tetrode mit zwei Systemen. Kompatibel zur QQE-03-12 bzw. zu 6360. Der RS2011L ist eine kleinere Senderöhre mit Druckluftkühlung. Nachts sind alle Bären grau. Es geht weiter. Hoffentlich jetzt einigermaßen mit Ruhe im Hintergrund. Und wir starten mit der RS2018CL. Eine Sendetetrode von Siemens. Mit praktischem Tragegriff. Die RS228i. Nämlich I. Leider auch starke Gettat. Es ist eine Klein-Signal-Triode für Sendezwecke. Die RS237. Ebenfalls eine Sendetriode für Klein-Signal. Die RS241. Auch eine Sendetriode. Die RS245 Römisch 3. Auch eine Sendetriode. Auch eine Sendetriode. Die RS257. Ist ebenfalls eine Sendetriode. Aber etwas unhandlich. Weil die hat eine aktive Wasserkühlung. Heizstrom. Heizspannung ist 17 Volt. Und Heizstrom ist 110 Ampere. Also nichts, was man mal gerade mit der Taschenbatterie befeuern kann. Die RS282 Römisch 5. Die RS246 Römisch 5. Auch eine Sennetriode. Das ist ebenfalls eine Sendetriode. Die RS288 ist eine Sende-Pend-Route für Kleinsignal. Die RS291 ist eine Sende. Die Römisch 7 ist von Telefunken Milano produziert worden. Die Sende-Pend-Route ist eine Sende-Pend-Route. Die Römisch 1 ist eine Bremsfeldröhre. Die Röhre wurde nur als Prototyp gebaut und es gibt nur ein paar 400 Stück an dieser Röhre. Die RS3005CJ. Die Sende-Pend-Route ist eine wassergekühlte Sende-Pend-Route, die hauptsächlich für HF-Generatoren eingesetzt wurde. Die RS200, Entschuldigung, die RS31G. Die Sende-Pend-Route ist eine Sende-Pend-Route. Die RS315, zu der gibt es auch ein eigenes Video. Ist auch ein bisschen unhandlich. Das ist der Nachfolger der RS13. Das Röhrensystem ist großteils gleich, aber die Kathode hat eine höhere Emission. Die Kathode ist toriert. Die RS329, ebenfalls eine Sende-Pend-Route. Die RS281, eine Sende-Pend-Route. Mit zwei Systemen. Die RS391, ebenfalls eine Sende-Pend-Route. Die RS4 von Triodron ist keine Sende-Röhre, sondern ist eine allgemeine Triode. Die RS5 ist eine Sende-Pend-Route. Die RS5 ist wieder eine Sende-Pend-Route. Auch mit filigranen Glasarbeiten. Die RS558 ist nochmal eine wassergekühlte Sende-Triode. Zu sehen ist auch der Paketdienst mit drei Buchstaben. Nämlich die Kathode. Das ist Wolfram. Anodenkühlung. Sie wurde eingetaucht und mit Wasser umschlossen. Die RS607, ebenfalls eine Sende-Triode. Mit 16,5 Volt Heizspannung bei knapp 15 Ampere Heizstrom. Die RS630, ebenfalls eine Sende-Triode. Die RS631, ebenfalls eine Sende-Triode. Die RS681. Zu der gibt es auch ein Video. ein Video. Ich muss wieder eine Sende-Triode imp� сètres unterhalten. Im Moment hören Quadrupper bis 26 Ampere Heiz посмотрим. Er beginnt, wir bei der Titel-Triode für die Ephesнуть haben provider Verleu austere ab. Inklusive dem Unboxing aus der Originalverpackung. Damals hat man Vorsicht, Glas, bitte nicht werfen, noch ernst genommen. Die RS-684. Die RS-685, in der kleinen Signal-Sendetetrode. Die RS-69G. Die RS-69 Römisch 3G. Die RS-125-2000. Das ist eine Drehode. Und wie man sieht, auch etwas dicker. 9,2 Volt Heizspannung bei 11,2 Ampere. Die RS-55-100. Das ist ein Klimmstabilisator. Die RS-12-H300. Die RS-12-H300. Eine Mischröhre. Die AV-12-P2000. Eine sehr weit verbreitete Wehrmachtspenthode. Die auch noch weit nach dem Zweiten Weltkrieg produziert wurde. Die R-12-P3000. Das ist eine Breitbandverstärker-Penthode. Die AV-12-P4000. Auch eine Lockenwicklerröhre. Nämlich eine Hochfrequenzverstärker-Penthode. Die AV-2,4-P1400. Die AV-12-P4500. Das ist eine Hecksode. Die AV-2,4-P4500. Die AV-2,4-P700. Die AV-2,4-P700. ebenfalls entnazifiziert. Hier ist das Symbol dafür. Die RV2,4P701, ein Zwischenfrequenzverstärker. Noch Wehrmachtseigentum, also hier ist der BAL-Abnahmestempel, die RV2,4P711, ein Hochfrequenzverstärker. In der 53. Woche 1944 produziert. Die RV2,4T3, eine allgemeine Tetrode. Die RV2,4T3L, ebenfalls eine Raumladetetrode. Die Dramen sind irgendwie lauter. Die RV209, eine N-Pentode, ein relativ altes Bild, ein Kandidat für Neufotografie. Die RV258, römisch 4. Die RV271A, von der gibt es auch ein Video im Betrieb. Sie hat leider Luft gezogen. Man sieht nur das Entladungsleuchten. Die RV275, eine N-Triode. Die RV278, ebenfalls eine N-Triode und besonders schlecht fotografiert. Die RV335, eine Sende-Triode. Von der gibt es auch ein eigenes Video. Die RV70, eine Sende-Triode. Wie man sieht, ein Hellbrenner. Wie man sieht, ein Hellbrenner. Wie man sieht, einmbolischer Wandel. Die RV80, eine Wanderfeldröhre von Siemens. Die RV80, eine Wanderfeldröhre von Siemens. So, jetzt kommen wir zu dem Bereich der besonders schlechten Bilder, nämlich die Röntgenröhren. Diese hat noch eine Bleiumantelung zum Schutz. Am apokatorischen Austritt des Strahlengangs. Hier ist der Austritt des Strahlengangs. Das ist Berylliumglas, hier ist die Kühlung der Anode und hier ist die Kathode. Das hier ist eine Detailaufnahme der Zweifachkathode. Also das ist eine, hier sind die zwei Kathoden. Das ist der Drehteller aus massivem Wolfrahmen. Das ist das rekristallisierte Wolfrahmen. Und das ist die Drehanode. Also das ist eine Rotationsdrehanode, die wird von einem Elektromotor mit Hilfe eines Magneten gedreht. Der Sinn ist, dass diese Röhren im Dauerbetrieb sind, meistens für therapeutische Zwecke oder Materialprüfungen. Und der Elektronenstrahl produziert beim Auftritt auf die Anode halt die Röntgenstrahlen durch die Bremsenergie. Und das Wolfrahmen wird dabei fast zur Weißglut erhitzt. Und dass das ganze nicht durchbrennt, dass das Wolfraum schmilzt, wird der Teller rotiert und somit die Energie auf die gesamte Fläche zu verteilen. Und diese Röhre hat wie gesagt zwei Kathoden für zwei Energielevel oder drei Energielevel. Das ist jetzt nochmal eine Detailaufnahme von einem Berylliumglas. Hier ist wie gesagt der Strahlenausgang. Das ist eine Röhrex aus der DDR. Das hier ist die Anode. Man sieht hier den Brennfleck vom langen Betrieb. Das ist die Kühlung. Hier wird der Kühlkörper aufgeschraubt. Das ist die Kathode. Die meisten Röntgenröhren haben einen E27 Sockel. Das ist eine Röhre zur Materialprüfung. Das ist der Blick von oben. Und zwar die Röhre hat vier Ausgänge. Nämlich die Anode besteht aus einem Keil. Und diese Röhre kann damit praktisch an vier Ausgängen denselben Strahl, also dieselbe Quelle zur Verfügung stellen. Und damit ist es möglich Materialprüfungen zu machen. Die ist wassergekühlt. Hier sind die Anschlüsse für die Pumpe. Und hier oben ist der Pumpenstutzen. Sie wird betrieben mit 60 KV und kann maximal mit 3000 Watt betrieben werden. Das sind jetzt ebenfalls wieder Materialprüfungsröhren. Das ist der Blick von oben in die Kathode. Und das von der Seite. Hier sieht man die Strahlengänge und die Wasserkühlungen. Die Anoden bestehen aus verschiedenen Materialien. In diesem Fall ist es Kupfer. Um verschiedene Wellenlängen zu produzieren. Ein bisschen. Das sind wie gesagt die Anschlüsse. Die Röhren sind äußerlich fast identisch. Außerhalb wie gesagt die Anodenmaterialien. Das ist noch meine Röhrex. Das ist die Andode. Das ist die Kathode. Das ist der Ausgang des Strahlengangs des Berylliumglas. Das ist die Doppelfokusröhrex. Das Berylliumglas. Das ist die Anode. Die Kühlung. Das ist der Doppelfokus. Ebenfalls mit einer Bleiabschirmung. Das ist eine Siedewassergekühlte Röhre. Das ohne den Kühlschirm. Das Wasserreservoir. Das ist die Anode. Das Wolfram Target. Hier ist die Kathode. Hier sieht man die Heizwände. Das ist der Wasserkopf. Das ist die Kalkablagerung im Inneren der Röhre. Das ist der Kühlkopf mit dem Wasserreservoir. Hier ist der Anschluss für den Tank und die Aufnahme des Dampfes. Hier ist der Strahlenausgang. Und hier ist der Anschluss des Heizers. Das ist eine Detailaufnahme vom Kühlkopf. Und man sieht hier wie viel Wasser noch drin ist. Das ist die Kühlkopf. Das ist die Kühlkopf. Das ist die Kühlkopf. Das ist die Kühlkopf mit dem Wasser. Das ist die Kühlkopf. Das ist die Kühlkopf. Das ist ebenfalls eine wassergekühlte Röhre, noch mit Originalaufsatz. Hier ist die Klemme für die Halterung. Das ist die Klemme für die Halterung. Hier ist der Strahlenausgang, das Berylliumglas. Das ist der Trichter. Das ist eine kleine Röntgenröhre. Hier ist der Strahlenausgang, hier ist der Eingang, hier ist die Kathode. Zur Pantix P40 gibt es auch ein eigenes Video. Das ist die erste Rotationsdrehanode von Siemens, inklusive der Originalverpackung. Wie gesagt, die Bilder sind auf der Webseite enthalten. Ich mache jetzt hier ein bisschen den Schnelldurchlauf. Das ist der Drehteller aus massiven Wolfrahmen. Und man sieht, dass der schon massiv rekristallisiert ist, weil die Betriebstemperatur durch die Erzeugung der Röntgensträume sehr hoch ist. Der wird wie gesagt bei Rotglut betrieben, beziehungsweise teilweise auch bei Weißglut. Das ist der Röntgensträume. Das ist der Röntgensträume. Hier ist ein Blick in die Kathode. Das ist der Drehteller von unten. Das hier ist eine Grenzfeldröhre. Das sind Grenzfeldstrahlen, das sind sehr weiche Röntgenstrahlen, um 15 bis 20 Kilowolt. Also sehr langweilige Strahlen. Die werden unter anderem zur Mammographie benutzt. Das ist nochmal eine Drehanode von General Electrics. Jetzt sind die zwei Kathoden. Und der Wolfram Drehteller mit sichtbaren Spuren. Das ist nochmal eine kleine Röntgenröhre. Hier ist das Beryllium Glas, also der Strahlenausgang. Hier ist der Eingang. Hier ist die Kathode. Das ist eine Siemens Therapie Röntgenröhre mit Durchflusskühlung für 300 Kilowolt. Hier ist der Strahlenausgang, hier ist der Eingang. Das ist der Anschluss für die Siderwatt, für die Durchflusskühlung. Das ist eine Schul-Ionenröntgenröhre. Zur Demonstration. Der Hersteller ist leider unbekannt. Das ist eine Ionenröntgenröhre von Wenelt, produziert um 1900. Das ist die Anode. Das ist die Anti-Anode, die noch freie Ladungsträger in der ionisierten Luft einkassiert. Weil Ionenröntgenröhren waren ja nicht evakuiert, die wurden noch unter geringem Tag Gasdruck betrieben, weil halt keine heizten Kathoden existierten, sondern die Elektroden wurden durch Stoßionisationen erzeugt. Das ist im Prinzip eine Hardcore Klimmröhre. Das ist die Anode, die Anti-Anode und hier ist die Regenerations-Anode. Das ist die Anode. Das hier ist der Platinstift für die Regeneration. Das ist wieder eine Röhre mit zwei Kathoden. Also zwei Leistungsstufen. Hier ist der Ausgang, das Berylliumglas. Das ist eine kleine Röntgenröhre. Dieser Typ war unter anderem in der Röntgenkugel eingesetzt, um den portablen Röntgensystemen. Das ist eine Röhre. Moment, ich habe die Bilder noch gezeigt. Also das sind die Unbekannten. Das ist ein Glasbruch. Hier ist eine Detailaufnahme der Anode. Hier landet der Elektronenstrahl. Hier ist der Eingang. Das ist die Kathode im Detail. Das ist auch eine strahlungsgekühlte Röntgenröhre. Leider, wie gesagt, ohne Typenbezeichnung. Das ist die Luftkühlung der Anode. Hier ist der Ausgang. Das ist der Strahlengang. Das ist die Anschlüsse für den Heizer. Aufgrund der Temperatur halt mit Keramikperlen belegt, dass es keinen Kurzschluss gibt und kein Kunststoff, das wegbrezeln kann. Das Backellit ist schon gebrochen. Hier ist eine Zahnarztröntgenröhre. Die habe ich auf einer Aktionsplattform gekauft und habe wahrscheinlich mehr bezahlt als nötig, weil der Verkäufer hat sich an meine Höchstgebote herangeboten, also herangepirscht. Und das ist sehr auffällig und hat Punkt, Punkt, Punkt zur Kenntnis genommen, also der Betreiber. Hat aber trotzdem nichts gemacht. Na egal. Wie gesagt, das ist die Kathode. Ich kann mich daran erinnern, Detailaufnahme von einer Kathode gemacht zu haben. Hier ist die Anode. Hier ist das Target. Die Röhre ist auch wassergekühlt. Aber es fehlen einige Bilder, sehe ich gerade. Das ist ebenfalls eine wassergekühlte Röntgenröhre. Hier ist eine Röhre mit Ölkühlung für portable Röntgensysteme. Hier ist der Strahlenausgang, das ist die Pleiomantelung. Das ist ein moderner Röntgenstrahler, der in Zahnarztpraxen benutzt wird. Produziert von Siemens, Entschuldigung von Philips, die Philips Oralix 65. Hier ist der Strahlenausgang. Und das ist die Röntgenkugel von Siemens, zu der gibt es auch ein eigenes Video. Das war das erste portable Röntgensystem von Siemens, das den Vorteil hatte, dass das ganze System am Stück so portable war, dass es ans Krankenbett gefahren werden konnte. Und vor allem, es konnte am normalen Lichtnetz betrieben werden. Und das war damals 1935 die absolute Innovation. So sieht das Ding aus. Es ist übrigens mannshoch. Also wenn ich mich nebendran stelle, die Röhre, also der Arm ist größer wie ich. Und ich habe noch die komplette Originalbeschaltung inklusive dem Literzeitmesser, also der die Auslösung macht für die Belichtungszeit. Die Aufheizzeit der Röhre ist mit eingetastet hier in der Aufheizzeit. Das heißt, wenn ich jetzt die Belichtungszeit auf zwei Sekunden einstelle, läuft der Timer ungefähr zweieinhalb Sekunden. Eine halbe Sekunde dauert es, bis die Röhre geheizt ist. Wie gesagt, auf der Webseite ist auch das Handbuch für die Röntenkugel, also das Originalhandbuch, plus diverse Bilder und Hinweise, wie die Aufnahmen zu machen sind. Im ganzen Buch wird nur ein Modell benutzt und ich gehe mal davon aus, dass dieser am Ende der Fotositzchen Kopfschmerzen hatte, um es bei einer bösen Anschmälung zu machen. Das ist ein Röntgenventil von Komet. Also Gleichrichterröhre, weil für Röntgensysteme heißt meistens Ventil. Das ist noch die ganz alte Bezeichnung. Hier ist die Anode, hier ist der Heizer. Bei einem Hochspannungsgleichrichter sieht er etwas anders aus. Das ist wie gesagt die Kathode und das ist die Anode. Im Prinzip ist es eine normale Gleichrichterdiode, aber halt für Hochspannung. Dementsprechend ist der Aufbau ein bisschen anders. Und noch die Röntgenventile, also die Gleichrichterröhren müssen gekühlt werden. Dieser ist für 125.000 Volt. Das ist ein Ventil von Siemens. Hier ist wie gesagt die Kathode, hier ist die Anode. Die Kathode, Anode für 70 Kilowolt. Und das ist noch ein kleines Ventil. Ja, relativ alte Aufnahme. Hier sieht man hier. Hier sieht man die Kathode. Und auch für die Ionenröntgenröhre gibt es ein Ionenventil. Also eine Gleichrichterröhre. Das ist genauso aufgebaut wie die Klimmgleichrichterröhre. Es ist auch dasselbe Prinzip, nur halt ein bisschen größer. Wie gesagt, hier ist die Kathode, Anode. Hier ist die Regenerationsanode. Der Pummelstutzen. Hier eine Detailaufnahme von der Kathode. Die Regenerationselektrode. Ich habe leider keine technischen Daten von diesen Röhren. Also von diesen Ionenröntgenröhren und Ionenventil. Ich würde gerne mal ein Video darüber machen, also im Betrieb. Den passenden Funken Induktor für 120.000 Volt habe ich. So, gehen wir nochmal zur normalen Röhrentechnik zurück. Die S05-121M ist ein Dyratron von AEG. Und wie man sieht, das hat schon ordentlich gebrannt, weil es bereits sehr stark angelaufen ist. So, die S1,3-21V ist ein Dyratron, eine Tetrode. Gibt noch ein Bild. Die S1,3-30DV. Ebenfalls ein Dyratron, eine Triode. Die S1,5-20DM ist ein Dyratron, eine Triode. Die S1,3-0,2i. Die S1-0,2i. Die S1,3i. Römisch 2. Ein Dyratron. Die S109-2K. Das ist ein Verzögerungsrelais. Die S13-24 ist eine Hochverstärkungs-Triode. Die S204-2K. Das ist ebenfalls ein Verzögerungsrelais. Die S318 ist eine allgemeine Triode. Die S321 ist eine End-Triode. Die S321 ist eine End-Triode. Die S410 ist eine Hochfrequenz-Verstärker-Tetrode. Die S410 ist eine Hochfrequenz-Verstärker-Tetrode. Die S4102 ist wieder eine Bildaufnahmeröhre. Die S4102 ist ein Demodulator für Hochfrequenz. Die S4102 ist ein Demodulator für Hochfrequenz. Die S4101 ist ein Demodulator für Hochfrequenz-Verstärker-Tetrode. Die S4102 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 ist eine Sende-Triode. Die S4102 ist ein Demodulator für Hochfrequenz-Verstärker-Tetrode. Die S4102 ist eine Sende-Triode von GEMA. Wie man sieht, sie hat leider Luft gezogen. Die Innenmaterialien sind schon korrodiert. Das kann nun ein A-Triode begehen. Die面 ist genau baut. Dass die Luft gezogen hat, könnte vielleicht daran liegen, dass zwei Anschlüsse ausgeschlagen wurden. Die Sedic 50191. Sedic hatte die Attitude, Röhren zu produzieren, denen aber keinen Typennamen zu geben, sondern der Name war die laufende Seriennummer. Und es gibt eine Tabelle, die Sedic-Röhre mit der Bezeichnung X, entspricht ungefähr der Röhre Y. Auch mit Liebensockel, die Sedic 670, man sieht dies auch mit Kupferanloter, also als Notproduktion. Die Sf1 mit Opal-Glas ist ein Hochfrequenzverstärker, eine Pentode. Die Sf1 mit Opal-Glas ist ein Hochfrequenzverstärker, eine Pentode. Die Sf1 mit Opal-Glas ist ein Hochfrequenzverstärker, die Sf1 mit Opal-Glas ist ein Hochfrequenzverstärker. Die Sf1 mit Opal-Glas ist ein Hochfrequenzverstärker. Die Sf2 mit Opal-Glas ist ein Hochfrequenzverstärker. Die Sf1 mit Opal-Glas ist ein Hochfrequenzverstärker. Es scheint eine Klimmstrecke zu sein, aber für was genau, konnte niemand beantworten bis jetzt. Die SR2 von Cerberus ist ebenfalls ein Klimmstabilisator. Die SR2B, ebenfalls von Cerberus, ist ein Klimmstabilisator, die SRS302 ist eine Sende-Triode. Die SR2. Die SR326 ist ebenfalls eine Sende-Triode. Die SRS455 ist eine Sende-Triode. Die SR5501 ist eine Sende-Triode. Die SR5501 ist ebenfalls eine Sende-Triode. Die SSI ist die erste Raumladetetrode, produziert von Siemens und Schottky. Zu der gibt es auch... Das Glas ist relativ unsauber gewalzt, insofern ist es schwierig scharfe Fotos zu machen. Selber auch für die SR3. Das ist ebenfalls von Siemens und Schottky. Ebenfalls eine Glaskonstruktion, sehr filigran. Die ST12C ist eine Nixi-Röhre. Die ST12C ist eine Nixi-Röhre. Die hat auch einen Vakuumfehler. Der könnte eventuell am gebrochenen Glas liegen. Die ST12C ist eine Nixi-Röhre. Die ST12C ist eine Thyroton. Die ST12C ist eine Nixi-Röhre. Die ST12C ist eine Nixi-Röhre. eine Thyroton, eine Thetrode. Die ST350-02-035 ist eine Thyroton. Ein Thyroton als Thyroton. Die STD5000-5-15 ist ein Thyroton als Thetrode. Die ST280-80 ist eine Nixi-Röhre. Eine Klimmstrecke für maximal 280V bei 80mA. Die STV125Z ist ein Klimmstabi. Die STV100-60Z ist ein Klimmstabi für 150V bei 60mA. Ebenso die STV100-60Z römisch 2. Die STV150-20 ist ein Klimmstabi für 150V. für 250mA. Die STV150-250 ist ein Klimmstabi für 250mA. Die STV150-30 ist ein Klimmstabi für 150mA. mit 30mA. Vergleichstyp ist die 0A2 und die 150C2. STV280-40 ist eine Klimmstrecke für 280V mit 40mA. mit 30mA. mit 30mA. mit 30mA. Die STV180-80. Selber Röhre aber mit 80mA. Die STV2020-80. Und die STV3020. Neue ein Klimmstabi für 80mA. und die STV160-80. Und die STV5020. STV706 Glimmstabilisator für 70V und 6mA STV85-10, 85V bei 10mA, Vergleichstyp ist die 0G3 und die 85A2 STV850-160 Römisch 2 Glimmstabilisator für 850V bei 160mA die I116, eine Elektrometerröhre als Tetrode die I150-1, eine Sendetriode TB04-8, eine Senderöhre, eine Triode TB5-2500, eine Senderöhre, eine Triode TB5-2500, eine Senderöhre, eine Triode mit Asmasiva Graphita Node tc03-5., eine Endridreode, die Tc035000, eine Senderöhre, eine C03-5P-01 ebenfalls eine End-Driode. Die TE16, ein Klimmstabilisator, die TE5G23 ist eine Anzeigenklimmlampe. Die TE60, ein Klimmstabilisator, die Telefunken A, ein Allgemeinträger, die TH300 ist eine Senderöhre, eine Sendetriode. Die TH338 ist ebenfalls eine Sendetriode. Die TH5186 ist ebenfalls eine Sendetetrode. Die TH4 von Triodron ist eine Allgemeinträger. Die TH6 ist eine Wanderfeldröhre von Telefunken. Und wir alle Wanderfeldröhren sehr lang. Tattoo Tata. Die TH15 ist eine End-Driode. Die TH5186 ist eine Audio-Röhre. Die TH5186 ist eine Audio-Röhre. Die TH5186 ist eine End-Pentode. Die TH5186 ist eine End-Pentode. Mit der typischen italienischen Steuerbandahole. Das ist von Philips Italia produziert. DTQ-71F, ein Thyroton. Auch ein Andenken an meine alte Schule. Die war Bestandteil der damaligen Schulsammlung, die ich übernommen habe. Eine Triode Juno Detektor, die etwas komischer Annotenform ist das Ergebnis der diversen Patentkämpfe und die Suche nach Möglichkeiten, diese Patente zu umgehen. Die Triode Universelle, eine französische Produktion, auch dort gab es damals die Attitüde und bunte Gläser zu benutzen. Die TS1, eine Sendetriode. Die TS1A, ebenfalls eine Sendetriode. Die TS2 Spezial, eine Triode. Die TS41, eine Senderöhre Triode. Das ist die TS41DK. Ebenfalls eine Sendetriode. Und das müsste die Ostvariante sein. Während die TK41 vorne dran die Westvariante war. Ne, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Das müsste die... Die war auch ein Opfer des Paketdienstes mit drei Buchstaben. Man sieht hier das Steuergitter. Hier ist die Anode. Das war damals das große Problem, dass die Anoden nur punktuell mit dem Kopf der Röhre verbunden waren. Das war natürlich bei mechanischer Belastung. Auf jeden Fall die TS4 SP ist auch eine Senderöhre Triode. Oder war mal eine. Das ist die TS5, ebenfalls eine Sendetriode. Die Typ A von Siemens. Eine Messerkontaktröhre. Wurde geprüft am 19. und 29. August 1918. Die Typ C von Telefunken. Ebenfalls eine Triode. Die Typ K1 von AEG. Die ist identisch mit der Typ A von Siemens. Nur die Siemens ist schöner fotografiert. Die U2005 von Gundelach. Das ist eine Hochfrequenzdemodulationsröhre. Ich spreche eine Diode. Die U1. Ein Zweiweggleichrichter. Die U730. Ein Einweggleichrichter für Hochspannungsanwendungen. Die U403. Ein Einweggleichrichter. Die U409D. Eine Raumladetetrode. Vergleichstyp wäre die A441N. Oder die RE074D. Die U4H. Eine Endriode. Vergleichstyp wäre die RE614. Die UAA171 ist wieder eine Gnomröhre. Nämlich ein Zweifachdetektor. Mit voneinander getrennten Systemen. Nicht nur elektrisch, sondern auch über eine Schirmung. Die UAA91. Ebenfalls eine Zweifachdiode. Die UABC80. Vergleichstyp wäre die 28 AK8. Die UAA41. Die UAA41. Breitbandpenthode und die Modulator. Die UAA41. Ebenfalls Breitbandpenthode und die Modulator. Die UAA41. Die UAA41. Zwei Demodulationsdioden. Die UAA41. Niederfrequenzdioden und Demodulator. Die UAA41. Die UAA41. UBF-15, Hochfrequenzverstärker und Demodulator. UBF-171, wieder eine Gnomröhre, Hochfrequenzpantole und Demodulator. UBF-80 ist eine Hochfrequenzpantole, also Breitbandpantole und Demodulator. Auf gleichem Kathodenpotential, Vergleichstyp wäre die 17C8. Die UBF-89, Hochfrequenzpantole und Demodulator, Vergleichstyp wäre die 29FL8. Die UBL1, eine Endpethode und Demodulator. Die UBL21, eine Endpethode mit Demodulator. Die UBL3, Endpethode und Demodulator. Die UBF-192, Hochfrequenzpantole und Demodulator. Die UBF-192, Hochfrequenzpantole. Vergleichstyp wäre die 25AQ8. Die UBF-11, eine Hochfrequenzpantole und eine Triode. Die UBF-171, wieder eine Gnomröhre, eine Mischröhre. Die UCH-4, wieder eine Mischröhre. UCH-42, eine Mischröhre. Die UCH-5, eine Mischröhre. Ein bisschen dunkel fotografiert. Die UCH-81, wieder eine Mischröhre. Die UCH-81, wieder eine Mischröhre. Und eine Vorverstärkungstriode. Die UCL-11 von Millimetallüberzug. Die UCL-11 von Millimetallüberzug. Die UCL-81, ebenfalls eine Endpentode und eine Vorverstärkertriode. Die UCL-82, Endpentode und eine Vorverstärkungstriode. Die UCL-83, Endpentode und eine Vorverstärkungstriode. Die UCL-11, eine Niederfrequenz-Tetrode mit einer End-Tetrode. Leider nur in der versiegelten Originalverpackung. UEL-171, eine Niederfrequenz-Tetrode mit Endpentode. die UEL51 in der Frequenztetrode mit Endtetrode die UF11 Breitwandverstärker Pentode die UF15 hochfrequenz Pentode die Bilder sind unterschlagen und die UF173 eine Hochfrequenz Pentode wieder eine Gnomröhre die UF41 eine Hochfrequenz Pentode die Telefunken Variante hat ein etwas unsauberes Glas die UF42 ebenfalls eine Breitband Pentode die UF43 ebenfalls eine Breitband Pentode die UF5 ebenfalls eine Breitband Pentode UF6 Breitband Pentode UF80 die UF80 die UF80 die UF80 die UF80 die UF80 die UF80 auch Breitband die UF80 die UF80 UF-9, eine Breitband-Pentode, UF-M-12, ein magisches Auge, das ist übrigens eine Musterröhre, die gab es nie in Serienproduktion, die UF-L12 ist eine Endpentode, UF-L41 eine Endpentode, die UF-L412E, eine Endpentode, die UF-L84 ebenfalls eine Endpentode, die Ultra-Air-Concentron-4, die U-M-11, ein magisches Auge, die U-M-35, ebenfalls ein magisches Auge, die U-M-80, ein magischer Fächer, so, jetzt beginnen die unbekannten Typen, das sind Sammeltypen für Röhren, von denen ich die Typenbezeichnungen nicht kenne oder nicht lesbar sind, wie zum Beispiel die unbekannte Bildaufnahmeröhre, die unbekannte Bildaufnahmer, die unbekannte Bildaufnahmer, ebenso wie diese Bildaufnahmer, die bekannte Braunsche Röhre, wie gesagt die genaue Typenbezeichnung ist unbekannt, von der gibt es auch ein eigenes Video, geplant ist in Zukunft diese Röhre mal mit Funkeninduktor in Betrieb zu nehmen, eine unbekannte Elektrometerröhre, diese hier ist wahrscheinlich aus dem Produktionsprozess entnommen worden, das ist eine unbekannte Nixi Röhre, mit zusätzlicher Hilfselektrode, eine unbekannte Nullode, der ist wahrscheinlich amerikanische, dann die unbekannte Pentode, leider ohne irgendwelchen Hinweis zum Hersteller, dieser hat keinen Ads Code, diese ist leider auch unbekannt, hat einen etwas längeren Pumpstutzen, kann sein, dass dieser auch aus dem Produktionsprozess entnommen wurde, und diese Pentode ist auch ein Fragezeichen, die ist das große Fragezeichen, die ist wahrscheinlich französischer Produktion, es gibt ein eigenes Video zu dem Thema, wo ich die PIN-Belegung ermittelt habe, es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass sowohl Hersteller als auch Typenbezeichnungen noch unbekannt ist. von diesen habe ich drei Stück, und die sind auch aus meiner besagten Sammlung, aus meiner alten Schule, da die sehr nahe an der französischen Grenze war, liegt es nahe, dass die Röhren aus Frankreich sind, eine unbekannte Fotozelle, eine unbekannte Relaisröhre für Antennen, eine komplett unbekannte Röhre gibt es noch nicht anscheinend, oder noch nicht mehr, weil ich habe hier sehr viele identifizieren können, das ist auch ein unbekannter Typ, wahrscheinlich Prototyp, und zwar ist es eine Röhre mit sieben Diodenstrecken und einer gemeinsamen Cut-Ode. Dazu gibt es auch ein eigenes Video, vermutlich ist das eine Röhre aus der Digitaltechnik, weil dort würde das verhalten Sinn machen, die Anoden sind auch nicht ausgelegt für große Ströme, also sehr gut möglich, dass es hier um Digitaltechnik geht, also elektronische Rechenmaschine, Entschuldigung. Trotzdem wäre es interessant, den Typ zu kennen. Es gibt auch eine unbekannte Senderöhre. auch unbekannte Subminiaturröhren. Und jetzt die Masterfrage, was ist das für eine Triode? Von dieser Bauform wurden gefühlte 5000 Stück produziert. Oder wie es auf einer Auktionsplattform so schön heißen würde, mit Spitze. Das nützt mir aber nichts, weil ich brauche den Typ oder den Hersteller. einer der amerikanischen Pseudo Stahlröhren. Leider auch ohne Beschriftung. Unbekannter Adapter gibt es zur Zeit nicht. dieser Einweggleichricht da. dieser Krimstabi. Gut, da könnte man sich die Mühe machen, die Brennspannung auszumessen. Frage wäre aber trotzdem noch nach dem Strom. Also, ja. Wahrscheinlich eine STV 150 irgendwas. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine amerikanische 80 oder 82. Ist übrigens von HP produziert. Oder für HP produziert, besser gesagt. dieses Dekatron ist auch ein Fragezeichen. Das Klimmrelais. Das Thermokreuz ist auch unbekannt. Und das Tyratron. Das ist, wie gesagt, im Verhüterli geliefert. Hat leider keine Identifizierungsmerkmale. Hat leider keine Identifizierungsmerkmale. können Sie nicht mehr auf die Welt ansehen. Diese Einladung haben. Weil das Thema in der Luft gezeichnet sind. Hier haben wir eine eigene Leitungsmerkmalung. Da sind ziemlich viel zu bass. Aber das waren in der Luft gezeichnet. Der Schmerkampfluggerät. Alles ist mit der Luft gezeichnet. So, gehen wir mal wieder in die reale Röhrenwelt zurück mit der UQ80, ebenfalls eine Non-Note, also eine Röhre mit sieben Steuergittern, von der habe ich nur versiegelte Originalverpackungen. Jetzt zu den Urdoxen, also Oran-Dioxid, das sind Stromriegelröhren, der ist für 15 Ampere und 5 Volt. Und die Urdoxen gab es auch in Kombination mit Eisenwasserstoffwiderständen. So, die UY11 ist eine Einweg-Gleichrichterröhre. Die UY1N ebenfalls, N wie neu. Ich habe es, glaube ich, irgendein Kommentar dazu gemacht, genau. Der Unterschied ist, dass die 1N einen Oktalsockel hat, anstatt dem Stahlröhrensockel von der Original UV1, UY1, Entschuldigung. Die UY21 hat einen Oktalsockel und ist auch eine Einweg-Gleichrichterröhre. Die UY22 auch. Die UY3 hat einen Außenkontaktsockel. Die UY4 ebenfalls. Die UY41 ist eine Rimlockröhre. UY42 ebenfalls ein Weg-Gleichrichter. Und die UY92 ist eine Rimlockröhre. Und die UY92 ist eine Rimlockröhre. Die V30-01H ist ebenfalls eine Einweg-Gleichrichterröhre. Die V30-01H ist eine Diode für Hochspannungen. Produziert vom HF-Werk. Die V38 ist ebenfalls eine Diode. Wahrscheinlich für Demodulationszwecke. Produziert von der DGL. Die V41 von Mazda. Der Vergleichstyp wäre die AZ-41. Die V40. Also eine 2W-Gleichrichterröhre. Mit Rimlock-Sockel. Die V430. Ein Einweg-Gleichrichter für Hochspannung. Die V914 ist eine Demodulationszwecke. Die VHZ-114 ist ein Geiger-Müller-Zählrohr vom Robotron. Noch original verpackt. Im echten Styropor. Die V1020 ist eine Klimlampe. Wahrscheinlich für Hochspannungszwecke. Genauere technische Daten konnte ich noch nicht finden. Die Valvo-Spezial H. Eine Triode. Die VC1. Eine Niederfrequenz-Triode. Die VCH11. Eine Mischröhre. Die VCL11. Eine Niederfrequenz-Triode und End-Tetrode. Wurde unter anderem auch im Volksempfänger eingesetzt. Und wie von allen Röhren im Volksempfänger. Sie wurde entsprechend markiert. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Symbolik im dokumentarischen Zusammenhang erlaubt ist. Und hier wurden damit sichergestellt, dass die Röhre nicht weiterverkauft wird, weil sie subventioniert wurde vom Propagandaministerium und Röhren zur damaligen Zeit sehr teuer waren. Die VE1 gibt es auch ein eigenes Video zu. Das ist eine Spezialanwendung und zwar für die damals Mehrkanaltelefonie. Das ist eine Spezialanwendung. Die VF3 mit ausgegefüllten Unterlagen zur Garantie. Gekauft am 20. Februar 1943. Jetzt kommt nochmal eine Reihe von Bildaufnahmeröhren. Bildaufnahmeröhren und Fotoelektronen für Vielfacher. Unter anderem von der Fernseher GmbH. Bildaufnahmer – Das ist eine 2W-Gleichrichterröhre, die Vergleichstypen wäre die 2NG 1201 oder G1503 bzw. RGN1503. Produziert von der HOGES, von der Hochohmgesellschaft, das ist nochmal ein HOGES-Gleichrichter, das ist das Äquivalent zur RGN1064. Und noch ein hohes Gleichrichter, die VG5007, das Äquivalent wäre die AZ1. Die VH3 ist ein Einweggleichrichter zur Hochspannung. Die VK20 ist eine Einweg-Hochspannungsgleichrichterröhre. Das Äquivalent ist die russische BK20. Die VH4 ist eine Endpenthode. Die VH4 ist eine Endpenthode. Die VR65 ist ein Zwischenfrequenzverstärker. Die VR92 ist eine Demodulationsröhre. Die VS70 ist ein Klimmstabilisator. Die VT115A ist eine Endpenthode. Die VT116 ist eine Hochfrequenzpenthode. Die VT115 ist eine Zwischenfrequenzverstärker. Die VT150 ist eine Mischröhre. Die VT154 ist eine Sendepenthode. Die VT161 ist eine Endpenthode. Die VT161 ist eine Mischröhre. Und die VT25A ist eine Endpenthode. Die VT161 ist eine Mischröhre. Die VT161 ist eine Allgemeine Triode. Die VT161 ist eine Endpenthode. Der Vergleich wäre die 6F6 oder die VT161. Und die VT86 ist eine Breitfrequenz-Breitband-Mischröhre. Der Vergleich wäre 6K7. Die VT105A ist eine Allgemeine Triode. Die VT107 von TKD ist auch eine Triode. Die VT111 von TKD ist eine Endpenthode. Die VT126 von TKD ist eine Duel. Eine Zweifachdiode. Entschuldigung, Triode. Und zwar mit getrennten Systemen. Da hier der 6-polige Europasockel benutzt wurde. Die VT139 von TKD enthält 3 Triodensysteme. Und der Vergleichname ist angeblich die RIZ139 von Telefunken. Die VT74 von COSO ist eine Allgemeine Triode. Die VY1 ist eine Fehlkonstruktion der Röhrentechnik. Eine Einweg-Gleichrichterröhre von Telefunken. Und zwar deshalb, weil aus Materialspargründen das Kathodenfähnchen so klein dimensioniert oder so dünn, dass die Röhre gerne durchgebrannt ist, wenn sie im warnenden Zustand aus- und wieder eingeschaltet wurde. Das wurde auch bei der VY2 nicht wirklich behoben, das Problem. Die VT501 ist eine amerikanische Peanut-Röhre und fungiert aus Audion. mit einem Außenkontakt-Gitter. Also dasselbe Konzept wie bei den deutschen Röhren, die auch relativ schnell vom Markt verschwunden sind, weil die Außensteuerung nicht wirklich gut funktioniert hat. Der grüne Draht war wie gesagt die Skitter und die Anode und Kathode ist im Inneren. Wurde von Welch Produkten produziert. Das war übrigens eines meiner Hochzeitsgeschenke. Die VY125 ist eine Niederfrequenz-Drehode. Die VY155 ist ein 2W-Gleichrichter. Mit italienischer Steuerbanderole. Die WG33 ist von Löwe. Leider keine Daten vorhanden. Die WG34 ist ebenfalls von Löwe. Leider auch ohne genauere Daten. Die WG35 ist von Löwe. Auch Leider ohne Taten. Und die WG36 ist von Löwe. Das ist unter anderem eine Hochfrequenz-Verstärker-Röhre. Die WX501-3P1 ist eine Ostseerröhre. Die X2918 ist eine Hochfrequenz-Verstärker-Röhre. Die XM1000 ist ein Prototyp einer Nemodron-Anzeiger-Röhre. Von Telefunken, die allerdings vernichtet werden musste, weil es Lizenzstreitigkeiten mit der amerikanischen Originalfirma gab. Und das Konzept war, dass die Ziffer auf einem normalen Bildröhrenbildschirm dargestellt wurde. Also die Röhre bestand aus 10 Kathoden mit Lochmasken für den Elektronenstrahl. Und die Ziffer wurde auf die Leuchtschicht produziert. Das Argument war, dass dies besser ablesbar wäre als Nixi-Röhren. Der Nachteil war aber, dass jede Röhre mit 3000 Volt Anrucksspannung betrieben worden ist und somit natürlich beim Netzteil hohen Aufwand betrieben werden musste. Und auch in Amerika konnte sich das Prinzip der Nemodron-Röhre nicht wirklich durchsetzen, außer ein paar einiger weniger Geräte. Also die Nixi-Röhre hat doch den Segiszug angetreten. Und überlebt haben von der Telefunkenvariante wenige Labormuster. Unter anderem auch meins und der Rest ging in die Schrottpresse. Die XQ10920G ist wieder eine Bildaufnahmeröhre, ein Vidicon mit Bleibeschichtung, also ein Plambicon. Ebenfalls eine Bildaufnahmeröhre mit Bleibeschichtung. Wieder eine Bildaufnahmeröhre. Das ist die besagte Lochmaske, mit der die damaligen Röhren beschichtet wurden, um das Bild an dem Rand der Aufnahme ein bisschen zu begrenzen, weil die ersten Bildröhren hatten massive Probleme, die Ecken scharf darzustellen. Das ist auf sehr vielen Videos der damaligen Zeit zu sehen, dass auf den Ecken, wie gesagt, das Bild einfach fehlt. Und es wurde mit solchen Masken erreicht, die halt in den Kameraröhren aufgesetzt waren. Das ist ein anderes Aufnahmesystem, also Plambiconröhre. Das ist ein anderes Aufnahmesystem. 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 Das ist eine Restlich-Verstärkerröhre von Philips. Das ist eine Sendetriode, eingesetzt bei der Bundespost. Mit dem Hinweis natürlich, dass im Betrieb weiche Röntgenstrahlung entsteht. Die YN-1060 ist ebenfalls eine Sendetetriode mit zwei Systemen. Die YN-1060 ist ebenfalls eine Sendetriode. Die ZZ-A ist eine Poströhre und ein 2B-Gleichrichter. Das sind eine ZZ-A und eine ZZ-A. Ich brauche eine Brille. Die ZZ-A ist ebenfalls eine Gleichrichterröhre. So auch die ZZ-2C. Und die ZZ-503M ist eine Dekatronröhre. Jetzt geht es los mit den Nixi-Röhren. Das ist eine ZZ-5600M. Das freundetran war die ZZ-521M als Musterröhre. Das ist die ZZ-560M. die ZZ-566M. Die ZZ-566M. Die ZZ-566M. Die ZZ-566M. Die ZZ-5710M. Für Sonderzeichen. Die ZZ-5772S. Das ist eine ZZ-Röhre. Die ZZ-566M. Die ZZ-5710M. Die ZZ-5710M. Die ZZ-5710M. Die ZZ-566. Die ZZ-566M. Die ZZ-566M. Die ZZ-566M. Und die Z503U ist eine Kalkathodenkaröre, nämlich als Relaisröhre, die ZD2 ist eine Endtriode und die ZLW1695 ist eine Quarz von Siemens mit 4,4 MHz Schwingfrequenz. So, wir gehen in den Endspurt, Nixi-Röhre ZM1000. ZM1020, ZM1022. ZM1060, das ist eine Zählröhre, also ein Dekatron. ZM1080. ZM1100. ZM1332. ZM1336K. ZZ1000, das ist ein Klimm-Stabilisator. ZZ1040 ist ebenfalls ein Klimm-Stabilisator. Der Vergleichstyp wäre die STV160Z, nämlich für 100V und 60mA. Nixi-Röhre. Es gibt auch einen Adapter, um die Magnoval-Röhre auf den Europa-Sockel zu adaptieren. So, und jetzt wird es russisch. Endspurt, die V10313, das ist eine Einweggleichrichterröhre, ein Impulsgleichrichter. Die V1130 ist ein Einweg-Hochspannungsgleichrichter. Die VI1532 ist eine Einweg-Impulsgleichrichterröhre. Die VK20 ist, wie gesagt, der Vergleichstyp zur VK20. VK20 ist eine Polen-Sockel-Röhre. Das hier ist identischer Typ. Ist ein Hochspannungsgleichrichter. Einweg. Die G807 ist der Äquivalent zur amerikanischen 807. Die VI150-1 ist eine Sende-Driode. Es fehlt der Kühlkörper für die Anode. Die GI5B ist eine Sende-Driode. Heizspannung 6,3 Volt bei 425 Ampere Heizstrom. Das ist jetzt kein Schreibfehler. Man sieht auch, dass die Anschlüsse entsprechend dick sind. Die GI7B ist eine Sende-Driode. Die GMI2B ist eine Sende-Driode. Die GMI2B ist eine Sende-Driode. Und diese besteht aus einigen parallel geschalteten Tad-Roden. Hier sieht man die einzelnen Systeme. Und die hat 25 Volt Heizspannung bei 17,5 Ampere Heizstrom. Die GMI6B ist eine Sende-Driode mit zwei Systemen. Die GMI20 ist eine Sende-Driode mit 28 Volt Heizspannung und Motorraten 7,5 Ampere Heizstrom. Die GP5 ist eine Längsregelröhre. Die GP5 ist eine Längsregelröhre. Wahrscheinlich eingesetzt als Ballast-Röhre für Bildröhren. Die GU13 ist eine Sende-Driode. Die GU4 ist eine Sende-Driode. Die GU50 ist wie gesagt der Nachbau der deutschen LS50. Allerdings passen die Röhren nicht in die selben Sockel. Weil die Halterung leicht geändert ist, beziehungsweise die Führung der Röhre selbst. Aber das Konzept ist beibehalten worden, dass die Röhre somit relativ einfach im laufenden Gerät gewechselt werden kann. Die GU81 ist eine Sende-Pentode mit 12,6 Volt und 3 Ampere. Die GU81M ist der Nachfolger. Meines Wissens nach ist der einzige Unterschied, dass in der Heizung sind noch zwei Klettungskondensatoren eingebaut. Die Röhren sind herstellerseitig. Die IV-11 ist eine russische Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige. Die IV-25 ebenfalls. Die IV-16 ist auch eine Anzeige, aber mit ganz konventionellen Glühfäden. Die IV-18 ist eine Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige. Mit mehreren Stellen. Die IV-26 ist auch eine Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige. Die IV-6 ist eine Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige. Die V-1, Entschuldigung, die IN-1 ist eine Nixi, identisch mit der LC-516. Die IIN-12A ist eine Nixi-Röhre. Die IIN-12B ist dieselbe Röhre, allerdings der Dezimalpunkt ist auf der anderen Seite. Die Ziffern sind dieselbe Anzeige. Die IIN-13 ist ein Klimmstab. Ich habe jetzt leider kein Bild nackt. Die IIN-14 ist ebenfalls eine Nixi-Röhre. Die IIN-17 ist ebenfalls eine Nixi-Röhre. Und zwar zum Einlöten und die bekannte IIN-18. Die IIN-19 ist ein Klimmstab. Die IIN-19 ist auf der anderen Seite. Die sind auf der anderen Seite. Also mit der anderen Seite meine ich, ich habe zwei Quellen. Eine Dokumentenquelle und eine Bilderquelle. Ich bin jetzt in der Bilderquelle. Und die Dakti-Dokumentenquelle enthält bei den Nixi-Röhren die meisten Röhren im Betrieb. Unter anderem auch für die IIN-18. Die IIN-14 ist eine Symbolröhre. Die IIN-19b ist ebenfalls eine Symbolröhre. Dann verweite ich jetzt mal dezent auf die Webseite von mir, auf denen alle Bilder jeweils zusammen auf derselben Typenseite gezeigt werden. Die IIN-19b ist ebenfalls eine Nixi-Röhre. Die IIN-19b ist ein Stab, ein Klimmstab. Die IIN-19b ist ebenfalls eine Nixi-Röhre. Die IIN-19b ist ebenfalls besonders unscharf fotografiert, das sind die Symbole. Das ist ein Quarz mit 352,95 kHz. Die IIN-102 ist eine Bildspeicherröhre. Die IIN-20m ist ebenfalls so schön. Die IIN-21-20m ist auch im Betrieb. Die IIN-20m ist auch im Betrieb. Die IIN-23-G ist auch im Betrieb. Die IIN-24-J? Die IIN-25-J? Die IIN-25-J? Die IIN-24-J? Die LN14K ist ebenfalls in der Bildspeicherröhre. Und das ist ein Tattoo-Tata. Die LN5 ist auch eine Bildspeicherröhre. Und das ist ein Tattoo-Tata. Die OG4 ist ein Dekatron, also eine Zählröhre. Die R350 ist eine Funkenstrecke. Die R46 ist ebenfalls eine Funkenstrecke. Die RB5 ist eine Funkenstrecke. Die SB112 ist eine Breitbandverstärker-Tetrode. Die SB242 ist eine Heptode. Die SG20-201S ist ein Klimmstabby. Die SG3S ist ebenfalls ein Klimmstabby. Die SG4S ist ein Klimmstabby. Die SU118 ist eine Triode, eine Allgemeintriode. Vergleichstyp ist angeblich die A4100 und die E415. Die SU148 ist eine allgemeine Tetrode. Die SU182 ist eine Hochfrequenzverstärkungs-Pentode. Die SU243 ist eine Entriode mit zwei Systemen. Und die TGI2416 ist ein Dyrotron. Auch eines von der handlichen Art. Das ist eine Demonstrationstriode für den Unterricht. Und auf bestimmten Auktionsplattformen wird exakt diese Röhre oft als Liebenröhre verkauft. Die TH48, Entschuldigung, TH4B ist ein Dyrotron, nämlich eine Tetrode. Genauso auch wie TH5B. Die UV122B ist eine Wanderfeldröhre. Die UW38 ist ebenfalls eine Wanderfeldröhre. Und zuletzt die UU186, eine Entriode. So, wir sind am Marathon am Ende. Das war ein kleiner Ausrutscher zum 50. Geburtstag. Die gesamte Röhrendatenbank von A bis Z vorgelesen. Für die, die es interessiert, das hier sind die Anzelteile. Von gestern Mitternacht bis jetzt 5.37 Uhr. Ist zusammen ungefähr 191 Gigabyte. In 4K-Qualität. Ist für Akustik-Koppler nicht mehr ganz geeignet. Also größer als 150 Kilobyte. Ich werde das jetzt zusammenrechnen, also auf ein Video reduzieren. Dann wird die Dateigröße ein bisschen kleiner. Und hochladen. Wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. Das nächste Video wird wieder ein reguläres Röhrenvideo. Ich hoffe bald auch zu den Bildröhren zu kommen. Zum dritten Teil. Und warte nicht bis zum 60. Geburtstag. Insofern würde ich dann sagen, bis demnächst. Bis bald und ein gutes neues Jahr.